ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily clips würde ich mal sagen ja das heißt in der weiteren folge wir fangen jetzt mal an mit daily clips also die coolsten interessantesten teilweise auch witzigsten clips dies am tag so gab und dann schauen wir mal hier rein wir fangen jetzt mal mit einer szene von ninja die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann was da passiert ist also ich weiß ja selber gespielt hatte da wirklich selbst gespielt zieht euch das mal ein also das sah ungefähr so aus bei mir als ich das ding das erste mal benutzt und ein zweites mal so aber das geht noch ein drittes mal mein gott ist ihm das tatsächlich passiert also crazy so dann schauen wir in den nächsten rein das ist auch eine mega nice geschichte hier es ist glaube ich das safe des tages was ein geiler safe congrats mit wahnsinn hammer mega nice dann kommen wir wieder zurück zu ninja das war ein ich gehe noch mal zurück weil ich weiß nicht ob man das richtig das war ein ziemlich geiler hit würde ich sagen wieder zurück zu tv und hier passiert ihm etwas oh mein gott ich glaube da war ziemlich sauer ja es leidet weiter also irgendwie voll ein bug im spiel und land deswegen da und wird gekillt jetzt ist er auch erstmal weg oder ziemlich sauer ist oh mein gott so nächste szene wieder ninja und ninja hat hier tatsächlich ein ganzes wort mit drei handgranaten auseinander genommen ich spiele auch gern mit handgranaten ich liebe die dinger die sind ziemlich effektiv so dann haben wir hier mal eine szene mal was ganz anderes von trimex gucken wir mal hier haben sie eine loch challenge gemacht schauen wir mal da rein was der trimex da so gemacht hat wir warten lol ja ich hab's ja ich hab's 237 meter what let's go holy shit was ich ohne witz ich wollte gerade die challenge abbrechen um mal publik spielen ich werde ich wäre ausgerastet ok es funktioniert wie lange haben wir jetzt für das erste loch gebraucht anderthalb stunden um ein loch zu schlagen oh mein gott leute 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 wahnsinn also ok die loch challenge ging dann noch weiter so jetzt kommt noch was ganz interessantes von ninja wieder mal übelst also was da passiert ist verstehe ich auch nicht so ganz auch wieder irgendein pack in dem spiel keine ahnung und da steht einer der ist krass oder hammer was das ist so heißt ich auch nicht also ganz ganz strange story hier mega komisch ja hier reagiert mit auf wailing woods wailing woods hat sich scheinbar einiges geändert gucken wir mal da rein wailing woods ist nicht mehr da oh ok nevermind they they been here there we go wailing is no more alright boys listen it's almost we almost wiped this thing we got some more wood back here we're gonna get it we're gonna get such beautiful angles right wailing woods is gone da ist nicht mehr viel von da so nächste szene unser dequan i love this guy so hammer so und jetzt tanzt er jetzt tanzt er ziemlich dämlich zwei leben noch zwei leben zwei play the game out and dance when you win now you have to help you probably gonna get one tap oh shit oh they killed each other they killed each other they killed each other they killed each other unglaublich oh shit unglaublich ja das ist schon ziemlich krass also erstmal da einen tanz zu machen wenn noch zwei weitere spiele im game sind im weltgame das ist ziemlich dämlich und dann so zu sterben krass oh mein gott so und hier haben wir noch eine szene auch wieder mit dequan gucken wir mal hier rein edit one more edit oh right below your brother so what's dylan gonna do here boom the six-peen down does he edit boom oh the trap ooh got him taking down the phase pin dills madman beautiful play coming out of dylan ja relativ nice gemacht also macht er sofort auch sehr sehr gerne ja und dann last but not least dieser neue rocket launcher ich hab das ding bis jetzt noch nicht bekommen er sofort hat den mal gehabt jetzt haben wir hier mal ein kleines gameplay aber ganz ehrlich ich kann da nicht so wirklich viel erkennen aber zumindest mal wollte ich euch das mal zeigen weil ich hab das ding noch nicht gesehen bis jetzt so und da ist er die ach er da ist ja ich bin der komisch also viel sehen konnte ich da jetzt nicht aber zumindest mal hat man das ding mal so ein bisschen im einsatz gesehen ja wenn es euch gefallen hat dann lasst du mal ein like da schreibt was in die kommentare aber nicht den kanal und wenn sie da ist daily clips mit mir dem gleich macht es dann und tschüss